Hey, herzlich willkommen zurück bei Fucktry 4. Jetzt schnappen wir uns hier den Gyrocopter und wollen mal... Wo wollen wir denn hin? Lass mich schlurken. Da müssen wir hin. Da wollen wir hin. Oh, da muss ich... Oh. Über den ganzen Bärchen drüber. Wenn das mal nicht zu hoch ist für das Gyrocopter-Gedöns hier. Ach, das geht locker. Ganz locker. Weil ich glaube hier, das stört ihn jetzt, oder? Ist ihm das vielleicht egal? Warte mal. Der ist ja immer noch nicht kaputt. Das ist ja der Knaller. Was hält die Karre denn aus? So. Wunderbar. So, dann wollen wir hier hoch und gucken uns das da mal an. Hallo, meine Freunde. Hausdick! Oh! Oh, warte mal. Oh, das gefällt mir. Was ist das hier? Ja, wunderbar. Es ist lange her, dass Pargans Männer unter Mangel litten. Der Truck, den du zerstört hast, soll ein neues Zeitalter für Kürat einläuten. Absolut. Wo ist die, wo ist die Kiste? Da. Gib mir das. Da oben ist auch noch was. Tagebuch. Vom Daddy. Eins brauchen wir noch, dann kriegen wir eine Belohnung. Okay. Dann mal rein hier. Okay. Dann mal rein hier. Oh, Alter. Du bist an einem Ort des Friedens. Frei von den Dämonen des modernen Lebens. Hier bist du sicher. Oh, unser Freund, Onnam Shua, Onnam Shua. Er kommt von weit her und sucht, sucht. Gegen eine gleiche Gebühr. Klar, nichts im Leben ist umsonst. Nein. Ich spüre... Wir spüren. Wir spüren, dass du wissen willst, wie wir sind. Tja, ich bin Yogi und das ist Reggie. Aber du, Fremder, du... ...bist der Sohn einer Legende. Ich sehe eine Welt voller Gefahr und eine Mutter mit einem schwarzen Herz. AJ Gale. Willkommen bei Guru Ashram. Und warum bist du hier? Das ist das Haus meiner Eltern. Warum haut er nicht ab? Oh. Was? Warum will er, dass wir gehen? Weiß nicht, frag ihn. Du fragst ihn. Hey, ich bin noch hier. Oh, er ist noch hier. Gut für ihn. Er weiß, wo er ist. Okay, willkommen. Komm rein. Ja, na klar. Tu casa e tu casa. Ähm, wir räumen auf. Wir... Wir ziehen sofort aus. Doch zuerst... ...brauchen wir ein... ...Friedenzweifelchen. Während wir die Details klären. Du bist doch nicht abgeneigt, oder? Also, ich glaube, mir geht's gut. Was macht ihr Typen überhaupt hier? Ach, AJ, wir repräsentieren die Interessen einer gewissen Machthaberin. Ja, und sie schüttelt gerne Frischfleischhände. So zur Begrüßung meine ich. Du bist das Fleisch. Wir haben die Möhre probiert. Schätze, dann will er den Stock. Hey, was... Was geht denn jetzt ab? Was habt ihr denn gesoffen? Was ist denn mit euch verkehrt gelaufen? Habt ihr Lack gesoffen, oder was? Okay. Gucken wir mal, was hier los ist. Bin ich jetzt ge... Hallo? Möppis! Möppis! Bürger von Kürra! Wen feuert ihr an? Die mächtigen Elefanten! Oder die wilden Tiger! Oder seid ihr etwa für die Terroristen? So, des Terroristen Mohan Gale! Gesucht von der Royal Army! Mörder! Unschuldiger Männer, Frauen und Kinder von Kürat Er ließ sein Volk im Stich und lebte in der Dekadenz von Amerika Nun kehrt er zurück In Ketten Um sich richten zu lassen Und zwar von euch, Bürger von Kürat AJ Gale Alter, was geht hier ab? Manche Leute glauben, du könntest hier etwas bewirken, AJ Dies ist der Moment der Wahrheit Sieh auf den Boden, wenn du in der Arena bist Im Sand wird eine Klinge verstopft sein, wenn du nicht Überflugst gibt es für uns beide keine Hoffnung Möppis Hi Hier genau, nimm das Messer, das ist gut, das ist gut Wer kommt denn jetzt wo, wann? Da hinten Ich Ich muss mal Holy moly Ey, Alter Was? Das sind meine Haha So Gib mir die Knarre Ey, könnt ihr mich vielleicht in Ruhe lassen? Warte mal Warte, 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 warte Warte doch, wo ist der andere? Ich brauch die Munition, Mann Bleib stehen Ah, ich hab überhaupt nichts mehr, alles klar So, den haben wir weg So, alles klar Munition aufsammeln Niemals Auf jeden Fall Auf jeden Fall hab ich jetzt mal ein bisschen Munition Alter Alter Was, wo kam der denn her? Heil dich mal Heil dich mal Gib Gas Ah, ah, alles klar Munition aufsammeln Hier müsste doch noch Hier ist doch noch irgendwo So blöde Katze Tschüss Kommst du hier runter Scheißvieh Mal sehen, ob die nächste Und wenn ihre alberne Rebellion beendet Das Weiß ich noch nicht Okay, lass die sich erstmal da hinten bekriegen Fang die Warte mal, jetzt haben wir da noch Frisst das Ich glaub, der hat über Ja, der hat überlebt Alles klar Das aber nicht Sonst da wer? Wo denn? Wir sind da So Und Munition sammeln Da ist gerade irgendwer Da ist so eine Granate Okay Wie vorletzte? Mensch und Tier Fielen ihm zum Opfer Doch Bevor er seine Freiheit gewinnt Wartet eine letzte Herausforderung Lasst die letzte Runde beginnen Ach, okay Jetzt kommt die letzte Runde Alles klar Kommt denn da Ach, so ein Dicker Aber ich hab ja Takedown Wer kommt da von hinten? Oh Holy Moly Beeil dich Wer sieht mich denn da? Oh er Hier muss doch noch irgendwo einer sein So So Dann haben wir den doch Jetzt erstmal weg Oh Verdammt Oh Verdammt Oh Verdammt Oh Verdammt Na Wenn du das sagst Wo ist er denn jetzt? Scheiße Ich hätte den markieren sollen Wo ist er denn? Oh 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 Steht der nur blöd da rum Geh in die andere Richtung Genau Oh mein Gott Da dreht der sich um Hier Kriegst du eine Granate Und noch einen Monotov-Cocktail Und dann kriegst du von mir aus noch einen Boom Blöder Und jetzt erklärt mir doch mal einer hier Was da denn jetzt los ist Hä? Das ist ja Genau Erstmal 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 den Stall zumachen Boah kann Nein Kann ich Warte doch Lass Ich würde lieber Hallo Hör mir zu Bitte Paul hat meine Familie Bis sie befreit ist Stecke ich ihr fest Und muss tun Was Pargan befiehlt Was hat das mit mir zu tun? Der goldene Pfad Will Pauls tut Und ich will meine Familie Wir könnten uns helfen Lass mich doch bei den anderen beiden Weibern hier Ich kann dich in seine Festung bringen Oh und AJ Seine dazu Reggie und Yogi Sie sind Spielfiguren Genau wie wir So Sind die Mädels Die Mädels sind Ach toll Der Bild wird schwarz Klar Ich muss wieder gehen Das war ja logisch Kann ich wieder hier rein Ich will Was sind die Arena Okay Olli wie ein Held Und werde bewundert Oder stirbt wie ein Feigling Drei verschiedene Kampf Endlos Waffenherausforderungen Okay Das werden wir bestimmt nochmal machen Oh Möppis So Was haben wir denn Was willst du denn von mir? Kontrolle Egal Hi Was machst du hier? Irgendwas mit Vorräte So Guck mal hier Erstmal 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 vertickern Erstmal vertickern Dann alles nachladen Sehr schön Was ist denn mit Munition? Haben wir denn alles? So Jetzt haben wir alles Das sieht gut aus Das sieht alles sehr gut aus Wunderbar Ach warte mal Können wir ein bisschen verkaufen hier Weg damit Vielen Dank Bis bald Mhm Jetzt werden wir mal gucken Wo bin ich denn hier? Hier wollte ich doch gar nicht hin Hier wollte ich hin Ich würde gerne wieder zu meinem Haus Das wäre Das wäre Das wäre Ultra Das wäre wirklich Ultra Wenn ich hier eine Schnellreise hätte Hab ich aber nicht Verdammt So ein Mist Eigentlich könnten wir hier die scheiß Festung mal weg machen oder? Ich glaube das machen wir in der nächsten Folge Machen wir die Festung hier weg Ja Ja das ist gut Das ist eine gute Idee Das machen wir Das machen wir Dann reisen wir hier hin Und von da aus Begeben wir uns dann auf den Weg Und hauen schön die Festung in den Boden Würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Und macht's gut Ciao